Aber vorhin muss man natürlich in den Zufahrtskampf kommen. Na gut, dann muss ich mich gleich nochmal halten. Ich werde mein Bestes machen. Ich werde in den Zufahrtskampf in meinem Blizzard. Jawohl. Ich werde meine Aero fliehen. Nun dann! Ich werde meine Aero fliehen. Fliehen! Gut dann, ich werde in den Zufahrtskampf in meinem Blizzard. Ah ja, einer ist schon gesiegt, sehr gut. Und der zweite folgt zugleich. So, nochmal kurz halten. Diesmal benutze ich Trauben. Jo. Oh, ha. Meine Güte, das wird nicht einfach. Aber ich darf nicht aufgeben. Um Ogans Willen. Wow. Du siehst aber cool aus. Ogeradler. Ha. Lass mich meine Aero fliehen. Nun dann! Du blockierst natürlich Aufschwächen. Ha! Was ist die große Idee? Was ist mein Bestes? Oh, Häufeln ist verwirrt. Lass mich mal einen Blick haben. Komm in, wenn du es durst. Hm, mach du mal Teller reißen. Wie viel Leben hat er eigentlich? Nun dann! Oh, er kann auch vergiften. Ähm... Moment. Vergiftung. Ich hab das. Ich hab das. Ähm... Nix. Die Fliehre wird mir sein. Ja! Was ist weiter? Ohohohohohohohohohohohoho. Was du übertreibst, aber... Lass deine Wälder heilen! Oh, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Use this! Oh nein! Mwah! Scheiße! Komm, wenn du es möchtest! First, curing the Symptoms. So sorry! Alright! That'll do her! Letting the hunt begin! Pfff... I shall attend him to the... Victory shall be mine! Du gehst mir ein bisschen auf den Sack. So, Schneesturm. Here goes nothing! Eis zappen, dann bist du erstmal im Hochzustand. The battle is truly joined! My blade is unpaired! Guck mal, Herr Weiler. Letting the hunt begin! So... Ne, Quatsch. Machen wir die Ulti. Ne, Quatsch. Machen wir die Ulti. Machen wir die Ulti. Here goes nothing! That'll do her! Machen wir die Ulti! Hm... Mh... 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 Ne, du hältst uns alle einmal. Me... ...mh... Ach du Scheiße. Das sollte helfen. So, du musst mal rehabilitieren auf dich selbst. Ich habe nur was du brauchst. Komm, wenn du es durst. Erst um die Symptome zu kümmern. Die Begegnung ist wirklich gegründet. Bring es an! Das wird sie tun. Ich muss sie aber aufteilen, muss ich sagen. Was nächstes? Die Begegnung ist wirklich gegründet. Was nächstes? So, Entschuldigung. Das wird sie tun. Wann bekomme ich einen Fehler wieder? Okay, da ist sie wieder. Cool! Wie geht es dir? Du bist erst mal wieder im Vorzustand? Ich werde deine letzte Schwäche gewissen. Elektrizität, okay. Die Begegnung ist wirklich gegründet. Aus meinem Weg! Was nächstes? Hier geht nichts. Das wird unser Sinn. Halt dich mal selber, Alfin. Und du machst mal Blitzeinschlag. Jetzt dann! Gah! So, so, was nächstes? Ähm... Jetzt weiß ich nicht... Geht das auch für Schlafen? Geht das auch für Schlafen? Ja, okay, gut. Jetzt dann! Ha! Hier geht's! Das wird sie tun. Ich werde mein Bestes tun. Ja, der boostet natürlich seine Schildpunkte auf. Das gefällt mir nicht. Das ist so große Idee! Erstens. Die Symptome. Du Arsch! Schocks! Ich habe nur was du brauchst. Ich habe nur was du brauchst. Die Begegnung ist wirklich gegründet. Die Begegnung ist wirklich gegründet. Ha! So, erstmal wieder im Bruch zu Schand. Die Begegnung wird mir sein. Aus meinem Weg! Komm, wenn du es bereitst. Ich werde dich anwenden. Alles klar! Ich habe nur was du brauchst. Ich habe nur was du brauchst. Das wird, glaube ich, ein langer, harter Kurskampf. Aua! Victory shall be mine! Out of my way! I'll do my best! So, du... Heilst uns erst mal! Ich werde dich anwenden. Lass meine Bruch zu Schandeln fliegen! Halt ihn! Hier geht nichts! Das wird sie tun! Lass sie weg. Scheide heilen. Das wird sie aber nicht. Dach sie weg. Lass sie weg. Halt ihn! Lass sie weg. Ich kenne ihn! Ich mache mein bestes! Ich will die Begegnung! Lass sie weg. Du hast... ...Harnet. Gut. Komm an. Und du gibst mal... Moment. Hier. Harnet, meine Pfloma. Ha, perfekt. Okay, Moment. Mach mal Eis davon. Wie geht's dir? Lass in meine Arabe... Gut, dann... Hier bin ich! Ja! Ja! Das heißt... Ah, ist er ja schon gerne bereich, dann hat er ungefähr die Hälfte schon verloren von seinem Leben. Gefällt mir. Komm in, wenn du... Hier geht's! All right! Du könntest ihn mal vergiften. Ich werde dir mein Bestes. Ich werde ihn nicht vergiften. Jetzt dann! Giftiger Regenbogen. Komm in, wenn du es möchtest. Oh ne... Das hört sich nicht gut an. Ja! Jetzt dann! Ich bin... Ha! Ich werde mich nicht vergiften. Bleib in meinem Blizzard! Hier geht's! Ich werde mich nicht vergiften. Ich werde mich nicht vergiften. Gut, dann... Ich werde mich nicht vergiften. Hier geht's nichts. Was nächstes? F***! Ja, toll. Das ist alles für alle zwei Runden weg. Ein etwas nerviger Boss. Glückwunsch! Komm in, wenn... Jawoll! Gott sei Dank, Doppelshark. Somit ist er jetzt im Prostzustand. Jetzt dann! Scheiße! Wir bekommen immer weniger... Leben! Ich werde mich in meinem Blizzard entkürzt! Lass mich auf... Ah, ist schon im roten Bereich. Sehr gut. Dann... Oho... 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 Ganz nicht gut. Jetzt dann! Aus meinem Weg! Hier geht's! Aber Alpha ist wieder da, das ist gut. Das wird sie... ...und hat er jetzt mal ... Was ist so großartig? Stand in again! Scheiße! Victory shall be mine! Sorry guys! I will not be defeated! Scheiße! I will not be defeated! Have this! How about this? I will not be defeated! That will do her! What next? I will not be defeated! I will not be defeated! Thank you! I will not be defeated! 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 Maybe you're right. I once met a man who said the kinds of things you say. Hm? He was an apothecary, too. In my darkest hour, it was his words that stayed my hand. Despite having no hope, nothing to live for, he convinced me to press on. Who was he? What the heck could he have said to a mess like you? Ogun, look at your hands. Just two, and yet they have the power to save innumerable lives. Live, Ogun. If not for yourself, for those who still need you. All around you, people are suffering, dying. There are plenty of lives you might yet save, if you have it in you to save them. Why? Why are you helping me? What's that? When someone's in a bind, you help them out. Simple as that, wouldn't you say? Huh. Those were his words to me. It's the damnedest thing, but... Somehow, you remind me of him. Gadzooks. Those words. I heard them, too. When I was just a boy. You what? There's no doubt about it. That's the man who saved my life. Thanks, mister. But... Why'd you save me? We ain't got no money, you know. Listen, son. And listen well. I saw someone in a bind, and I helped him out. Simple as that. Shucks. I hope I can do that, too, someday. I'd never seen anyone like him before. His words. The miraculous potions he made. He didn't just save my life. He gave me a whole new sense of purpose. And so I became an apothecary. Maybe you can help me. Hogan, tell me more about him. I... I don't know his name. Graham Crossford. It's ten years ago, that I met him. He went through the Reich, exactly like me. He said, he searched a woman for his wife, who had an unheilable Krankheit. But... But... What? 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 Tatsächlich. Auf jeden Fall ergibt jetzt alles einen Sinn. Graham hat sich seine Patienten nicht ausgesucht. Er hat jedem geholfen, dem er helfen konnte. Genau wie du. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben uns respektiert. Zumindest sehe ich das genauso. Ich sehe. Und wenn ich darüber nachdenke, empfand ich bei meinem Gespräch mit dir von Anfang an eine seltsame Vertrautheit. Deine Unschuld? Na... Tät? Ah, na... Naivität, Entschuldigung. Wie auch immer du das nennen möchtest, es ist wie ein Spiegelbild dieses Mannes. Oh. Du trägst dein Geist in dir, wie es besser kommen möglich ist. Auch wenn du eine... Sentimentale Pappnase bist. Wie du meinst. Ja, schön. Danke für alles. Ogen. Du bist sicher, dass du okay bist? Aye. Thanks to you, I'll live to see another day. For a couple nights there, I didn't think I'd make it. But it seems your brew won out in the end. You'll forgive me if I don't say thank you. This wasn't the fate I asked for, after all. Don't mention it. That grave, did you make that? Just my way of paying tribute. I wish I could have met him once more. Huh. Oh well, eh? Knowing him, I think he would have felt the same about you. Well, guess I'll be off then. After all, there's still folks out there who need my help. What about you, old man? What about you, old man? What about me, indeed? Guess I'll keep on living. At least for now. And atone for my sins as best I can. I imagine there's still people out there who need me as well. First, Graham. Now you. You. You help me remember. What it means to be an apothecary. Ah, shucks. Guess that means I was right about something after all. Be safe here. I reckon you won't get lost in your travels after this. And me neither, mind you. If you say so. If you say so. brauchten die leidenden Salben, Tonika und Elixiere, hergestellt von Männern und Frauen, die den Menschen mit großer Weisheit und Mitgefühl dienten. Sie wurden Apotheker genannt. Genau. Jawohl, und das war das Ende von Alfin. Schön. Ein schönes Abschlussbild von ihm. Jawohl. Und wir sind jetzt in seiner Heimat wieder, in Klachach. Okay. Ja, in dem Sinne folgt ja jetzt nur noch ein letztes vierte Kapitel, nämlich das von Cyrus. Aber, wie gesagt, ich hab's nicht vergessen. Ich muss hier nochmal zurück und muss sie eine violette Kiste noch gleich holen. Aber die war ja, Gott sei Dank, am Anfang von dem Waldgebiet. Aber, ah ja, und dann muss ich ja hier auch noch gleich die Wiegeaktion machen, stimmt. Ja, Geld hab ich genug. Gut, gut. Ich bringe schon mal Tyrion ins Team. Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Ulbricht, alles in Ordnung. Ihr bewegt euch so vorsichtig. Mein Rücken schmerzt entsetzlich. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Soll ich mal einen Blick darauf werfen? Wenn es euch nichts ausmacht, Alfin? Hm. Wie lautet die Diagnose, Alfin? Das bekommen wir schon wieder hin. Keine Sorge. Ich werde eine Salbe anmischen, die euch hilft. Ihr müsst allerdings ein wenig kürzer treten. Nun gut. Ihr kennt euch wirklich gut aus, Alfin. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen. Wisst ihr, meine Schulter ist in letzter Zeit sehr steif. Überlasst das mir, Prime Rose. Steife Gelenke sind meine Spezialität. Beugt euren Arm einfach so. Genau. Und dann massiere ich diesen verspannten Muskel hier. Oh, das tut wirklich gut. Ah, viel besser. Ich habe euch ja gesagt, dass ich alles hinbekomme. Ihr müsst nur fragen. Apotheker sind äußerst nützlich. Ich bin froh, einen Apotheker dabei zu haben. Ja, das glaube ich. Ah, Kiste! Wow, 68 Goldmünzen. Wow. So, erstmal Therion. gegen Alfin, genau. Gut, 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 gut. Und dann werde ich mich erstmal verabschieden, meine Lieben. Genau. Ja, meine Lieben, das war das vierte und das letzte Kapitel von Alfin. wie ich euch hier schon gerade gezeigt habe, bei der nächsten Aufnahme geht es dann beim vierten und beim letzten Kapitel von Cyrus und dann, wenn ich das durch habe, dann sind wir mit der Hauptstory komplett beendet. Dann haben wir es komplett geschafft mit der Hauptstory, aber wir sind dann danach noch nicht komplett durch. Da gibt es noch viele optionalen Sachen, die ich dann euch noch zeigen möchte. die ganzen Nebenaufgaben, dann die ganzen optionalen Dungeon-Gebiete, die ich euch jetzt noch nicht ganz gezeigt habe. Dann gibt es ja noch die dritte Klasse, die möchte ich auch noch gerne haben und wenn ich die dann habe für alle, ja, dann geht es ab zum optionalen Endboss und wenn ich den besiegt habe, dann ist Octopath Traveler auch auf meinem Kanal komplett beendet. Jawohl. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, bei dem vierten und letzten Kapitel von Alfin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Aufnahme von Octopath Traveler. Bis bald, tschüssi. Tschüssi.